Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu DIY Inspiration und herzlich willkommen mal wieder nach einiger Zeit zu einem Haul-Video. Ich zeige euch heute drei Schnäppchen, drei super niedliche Schnäppchen von T-Deep. Einmal habe ich hier Diamond Painting, wie könnte es anders sein? Fünf Blumen für fünf Euro. Richtig, richtig süß, super sommerlich. Machen wir auf jeden Fall noch eine von in diesem Video. Schlüsselanhänger übrigens. Dann habe ich hier dieses Mal-Set. Vier Farben für dieses Einhorn oder Alpaka. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr darin seht. Ist es ein Einhorn, ist es ein Alpaka, ist es beides? Gerne unten kommentieren für 2,55 Euro und runtergesetzt von 2 Euro auf 1 Euro, also nochmal 50% weniger. Dieses Pailletten-Bastel-Set inklusive der Pins habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Ist aber eine Zeit her und da starte ich direkt mal mit dem Auspacken. Also das gucken wir uns direkt mal zusammen an, was es damit auf sich hat. Also wir haben hier diese Styroporwand, wir haben Pailletten, wir haben hier diese Nädelchen, die werden da reingesteckt. Und wir haben hier den Kakadu. Ich glaube, es ist ein Kakadu. Wenn es kein Kakadu ist, gerne kommentieren, sagt mir, was es für ein Vogel ist. Und das funktioniert dann so, dass man sich hier diese Pinne schnappt und die Pailletten. Und ich werde es tatsächlich mal ausprobieren. Ich starte tatsächlich hier mal mit diesen hellen. Also jede einzelne Paillette wird aufgepiekt. Und so, ich habe hier diese kleinen Nadeln oder kleinen Nägel, je nachdem, wie man das sehen möchte. So, hier habe ich zwei Stück davon. Und das sind jetzt diese weißen Punkte. Auf jeden weißen Punkt davon kommt jetzt hier einer von diesen runden Pailletten. Und kommt da jeweils einer drauf. Und jedes muss halt eben einzeln gesteckt werden. Ich nehme mir noch einmal ein weiteres von den Schälchen hier für die Nädelchen. Ich weiß nicht, ob es da eine bessere Technik gibt oder eine schnellere Technik, wie ich sie gerade mache. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie man davon mehrere direkt gleichzeitig machen kann oder nebeneinander. Aber dadurch, dass ich jetzt schon ein paar gemacht habe, ist das Blatt hier auf jeden Fall fixiert. Das lässt sich jetzt nicht mehr verschieben. So, und auch hier diese eine Schwanzfeder fertig, oben die Spitzen fertig. Und ja, ihr habt gesehen, wie es grundsätzlich funktioniert. Es ist noch ein bisschen Arbeit zu machen. Ich werde das vielleicht mal in einem Short oder so fertig machen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das sehen möchtet. Und wir schauen uns jetzt natürlich nochmal das Diamond Painting genauer an. Was haben wir hier dabei? So, hier innen aufgedrückt, auf jeden Fall eine Anleitung. Aber ich bin ehrlich, die brauche ich jetzt tatsächlich nicht mehr unbedingt. Aber ist natürlich immer gut, wenn sie dabei ist. Wir haben hier die Kettchen dabei für die Schlüsselanhänger. Da hoffe ich gerade, dass fünf dabei sind. Ich sehe gerade nämlich nur drei. So, zwei, drei, vier und Nummer fünf. Alle da, sehr gut. Befürchtung nicht erfüllt. Okay, die kommen hier schon mal wieder rein zur Aufbewahrung. Dann habe ich hier die Blumen. Und die sind tatsächlich nur für eine Seite zum Bekleben. Die Rückseite hat auch einen kleinen Schutzfilm drauf. Aber der ist, glaube ich, tatsächlich nur... Ja, die Rückseite ist nicht klebend. Kann ich schon einmal abmachen. Nur damit es eben hübsch bleibt. Die Vorderseite ist eben die Klebefläche. Ich werde tatsächlich hier die Sonnenblume machen. Wir haben hier noch eine rosane Blume. Wir haben eine grün-blaue Blume, eine weiße. Und nochmal eine richtig blaue. Also eine schöne Auswahl dabei. Welche Farben brauche ich dafür? Ich brauche sechs, drei, vier, fünf und sechs. Okay, haben wir hier. Ist auch so eine kleine Legende dabei. Alles sehr schön. Und ich schaue einmal hier. Ich brauche das von drei bis sechs einmal rüber. Schneide ich mir hier ab. Dann können eins, zwei und alles bis zehn hoch wieder in das Tütchen zurück. Und dann geht es gleich tatsächlich mit drei los. Einmal abschneiden. Dann schneide ich das einmal auf. Ich werde auch tatsächlich die Werkzeuge nutzen, die dabei sind. Und ich gebe das da einmal komplett rein. Ich werde das noch für die anderen auch gebrauchen bestimmt, die Farben. Aber ich gebe das gleich alles gemixt in eine Tüte zurück. Daher ist das dann vielleicht ein bisschen unübersichtlicher, aber kein großes Problem. Weil es sind ja immer kleine Flächen, die dann auch in grün gearbeitet werden. Und los geht's. Es sind hier nur ein paar Steinchen in grün. Weiter geht's mit Parton Nummer vier. Und dann gleich. Und dann geht's mit Franz. Kleines Update dazu. Ich habe nicht genug Vieren, also nicht genug Vierersteine. Das Gelb ist mir jetzt tatsächlich ausgegangen. Ich gucke nochmal nach, ob vielleicht eine zweite Tüte dabei ist. Aber die hier, das sind hier die anderen. Die habe ich hier, nee, es geht direkt mit fünf weiter, macht aber jetzt keinen großen Unterschied. Ich mache dann einfach die restlichen Steine einfach mit der Fünferfarbe. Es sind vielleicht sechs, sieben Stück, die fehlen, aber ein bisschen schade. Okay. So, und damit ist dann auch die erste Blume komplett fertig. Ihr seht, es hat schön geklappt. Wie gesagt, hier oben ein bisschen das Problem mit, ja und da geht auch schon ein Steinchen ab, das sollte eigentlich auch nicht so sein, dass eben zu wenig gelbe Steine da waren. Das Problem hatte ich tatsächlich vorher noch nie. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Diamond Painting, wo nicht alle Steine da waren. Es sind häufig einfach viel zu viele dabei, das kennt man. Aber dass es zu wenig sind, das überrascht mich tatsächlich doch ein bisschen. Also hier kann man das Ganze dann einfach zumachen. Hat einen süßen Schlüsselanhänger. Auf jeden Fall sehr, sehr niedlich hier mit der weißen Rückseite. Der Teil funktioniert auf jeden Fall schön. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Test wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei DIY Inspiration. Bis dann. Tschüss.